Wenn du dieses Video hier siehst, was du tust, dann interessierst du dich höchstwahrscheinlich für Bücher und Geschichten. Wenn das der Fall ist, dann findest du es vielleicht genauso wie ich auch cool, nochmal am Ende vom Tag eine wirklich kurze Mini-Story zu hören. Fünf Minuten, allerhöchstens zehn Minuten, wo man einfach nochmal in eine andere Welt genommen wird, wo wirklich alles passieren kann. Man hat vielleicht einen ganz interessanten Charakter, ein interessantes Szenario und am Ende kann man nochmal ein bisschen über die Welt nachdenken. Wenn dich das interessiert, dann schau doch mal auf Instagram unter timtime-yt vorbei, denn da habe ich das Projekt 30 Wörter, 30 Mini-Stories gestartet. Dabei geht es darum, dass ich eine Liste von 30 voneinander unabhängigen Wörtern habe, zu denen ich jeweils eine Mini-Story schreibe. Wir sehen uns dann auf Instagram. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao.